Dieses Haus mit verwinkeltem Rebdach habe ich basierend auf einem alten Computerspiel gebaut. Und zwar handelt es sich um eines der gemütlichen Häuser im Tutorial von Guild Wars Prophecies. Da ich kein Lego-Set finden konnte, das sich als Teilespender dafür eignet, ist es ausnahmsweise kein Alternativmodell. Ich habe Steine von Fremdherstellern verwendet. Es gibt aber alle diese Elemente auch von Lego. Während es aufgeklappt imposanter aussieht, ergibt es geschlossen ein vollständiges Gebäude, das von allen Seiten gut aussieht. Auf der Vorderseite befindet sich der leicht erhöhte Eingangsbereich. Eine weitere Türe führt zur Anlegestelle am angrenzenden See. Ein Bottich mit Weintrauben deutet bereits an, dass es sich um das Haus einer Winzerfamilie handelt. Auf der Rückseite wird das noch deutlicher, denn hier wird der Wein angebaut. Außerdem wachsen dort Mondblumen und eine Sonnenblume. Besonders schön finde ich das Fachwerk und die verschiedenen teils abgerundeten Fenster. Da man die Häuser im Computerspiel nicht betreten kann, habe ich den Innenbereich frei erfunden. Hinter der Eingangstüre führt eine Treppe ins Obergeschoss, wo sich das Schlafzimmer befindet. Dort gibt es Betten für das Kind und seine Eltern sowie einen Nachttopf. Mithilfe eines Riegels lässt sich eine Luke zum Dachboden öffnen und eine Leiter herunterklappen. Für bessere Zugänglichkeit lässt sich der Giebel des Daches einfach abnehmen. Offenbar ist die Winzerfamilie sehr wohlhabend, denn hier werden ein paar Goldmünzen aufbewahrt. An der Feuerstelle im Erdgeschoss wird das Essen zubereitet. Dafür stehen zahlreiche Kochutensilien bereit. Auch der Esstisch mit Schüsseln, Bechern und einer Kornblume befindet sich hier. Und zwei Hocker. Der dritte Hocker wird gerade am Schreibpult benötigt, wo ein Tintenfass mit Feder bereitsteht. In der Ecke daneben werden die Vorräte aufbewahrt. Hier stehen zwei Fässer, von denen eines schon angebrochen wurde. Die Figuren sind größtenteils aus der Legoburg von 2022 übernommen und um wenige Teile ergänzt worden. Die Winzerin erntet gerade mithilfe einer Schere die Reben, während ihr Sohn am Ufer angelt und ihr Mann den Hof kehrt. Während einige Bauschritte knifflig sind, ist das Modell am Ende ziemlich robust. Da es keine losen Teile enthält, kann es auch sehr einfach transportiert werden. Mir war besonders wichtig, dass das Gebäude neben den klassischen Burgen nicht zu groß aussieht. Und ich denke, das ist mir trotz der drei nutzbaren Stockwerke gut gelungen. Wenn ihr das Haus nachbauen wollt, findet ihr den Link zu meiner Schritt-für-Schritt-Bauanleitung in der Videobeschreibung. Die Teile sind allerdings nicht gerade günstig, auch wenn sie im gebrauchten Zustand etwas weniger kosten. Daher bietet es sich an, zumindest einige davon von Fremdherstellern zu beziehen. Ich bin dabei, noch ein B-Modell hierzu zu erstellen. Dafür baue ich aus den Teilen zwei kleinere Häuschen aus demselben Dorf. Ihr dürft also gespannt sein. alfallothe Darmast Modell Darmast